Grüß euch, ich bin der Max Franz, das ist meine Frau die Marina. Wir zeigen euch heute unser Haus, kommst mit mit uns. Ich bin Elke Markenbotschafter und mit meiner Frau haben wir uns vor fünf Jahren das Haus gekauft und Jahr für Jahr haben wir ein bisschen umgebaut. Erst den Garten und das Untergeschoss und dann ist Jahr für Jahr ein bisschen was dazugekommen. Zuhause ist für mich sehr wichtig. Durch das, dass ich einfach sehr viel unterwegs bin, freue ich mich eigentlich immer sehr auf daheim. Ich habe es mir eigentlich dann auch so gerichtet, dass ich kurze Wege habe, dass ich daheim trainieren kann. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich runterkomme und wieder Krafttank, bevor es wieder weitergeht. Wir haben uns eben daheim einige Platze geschaffen, wo wir uns ein bisschen zurückziehen können. Da haben wir zum Beispiel einen Bronziahrespool. Eigentlich die meiste Zeit verbringen wir in der Küche. Wir gehen gerne gemeinsam kochen, gerne neue Sachen ausprobieren. Jetzt zeigen wir euch noch unser Wohnzimmer. Kommt mit. Mit der großen Glasfonte ist es ein wunderschönes Platz. Wir haben eben versucht den Raum bestmöglich zu nutzen und haben da noch einen versteckten Schreibtisch eingebaut. Das ist unser Grillplatz. Grillen tue ich sehr, sehr gerne. Ich bin auch sehr stolz auf meinen Schwenkgrill. Da kann ich fein alles einstellen, wie ich es brauche. Ich tue gerne selber basteln und selber bauen. Es interessiert mich einfach sehr, selber etwas zu erschaffen. Und eines von den ersten Projekten war eh die Saunahäusel draußen. Auf das bin ich auch sehr stolz. Und in Wein pflege da sehr, dass das schön zuwächst. Aber am meisten stolz bin ich eigentlich auf meinen Tisch. Das war ein sehr cooles Projekt, das mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und er steht immer noch. Jetzt haben wir ihn schon seit 2, 3 Jahren. Er hebt, das ist immer gut. Wir müssen uns machen. Wir müssen uns как gut zusammenstehenirk первый Tag in den Jung Jamie. Vielen Dank.